Was ist das? Was ist das? Du hast gehalten. Hört mal auf zu reden. Was ist das denn? Stell dich mal in der Gruppe dazwischen, wenn wir uns ein Gruppenfoto machen. Bleib mal auf zu reden. Aber nicht vergessen. Warte mal. Könnt ihr mal aufhören zu reden? Bleib mal stehen. Ach so, du hast Untertitel. Ja, ich habe... Was? Ich werde mich sowieso mit dem Kopftritt verschwinden. Du steckst mir im Arsch. Ich glaube, wir packen dich jetzt. Ja? Okay. Sie läuft Papier auf der Stelle. Ja, weil wir auch auf die Schaufe gehen. Dann geh nur mal vor. Willst du dich da dran sehen? Oh nein. Schade. Oh Mann, ich dachte, ich seh dich gleich jetzt zu ihm. I'm gonna...